Wo gehen wir denn hin? Das muss ich jetzt schon aufnehmen da. Ja man, ich muss ja räumen, die Nachbarn die fressen. Du bist so ein emotionaler Charakter. Ach so, ich muss weiterhauen. Ich kipp dich gar nicht. Du hast da viel drüber gelesen. Das ist Fake-Things-Booms. Was Fake-Things-Booms? Ja, der Charakter da... Ja, stimmt. Scheiße, jetzt sind's von zwei. Männer. Du hörst... Ja, ja. Oh ja. Ja, ich geh mal rein, lass mich rein. Jetzt was... Ich lass mich rein. Das ist... Als würde sich jemand eine Zigarette drehen, ne? Mit diesem Tabakpress-Dings. Ja, ja. Aha, war das? Kannst du erklären, was da gerade vorgefallen ist? Ich hab das nicht so ganz verstanden. Also, der war irgendwann mal ein Kind, ja? Ja. Ich spiel nur Karten, oder? Ich soll die wählen. Ja. Okay. Kann ich hier irgendwo aufgeben? Test geben. Die Films... Das ist X. X, ja, drück X. Mein Auge brennt. Ja. Was soll ich jetzt machen? Vielleicht nicht so viel Spiel, ne? Dann musst du... Ja, gib, was. Boah, halt! Boah, da ist ein Spiel im Spiel. Okay. Jetzt ist das anstrengend, hm? Ja. Wie oft muss ich das noch machen? Das ist scheiße. Scheiße. Scheiße, ich hab gewonnen. Ich hab keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich hab gewonnen, Leute. Und dann tut sie wieder den Text runter. Wend nochmal dieselbe Taktik an, okay? Ich glaub, damit wärst du auf der sicheren Schiene so. Ja, keine Ahnung, warum, ne? Ja. Ja. Ja, Mann. Oh, ich hab verloren. Oh, Gott. Schrecklich. Football. Fuck, ey. Schau mal, na? Ja, Mann. Das kam mir vor wie gestern. Ja, Mann. Weil wir zwei verschiedene Augen fangen. Das ist ein bisschen anders. Oh. Aber was? Rot und Blau. Und so. Who cares? Du sag mal, spielt man das überhaupt so? Ja, mein Handy spielt das gut. Die künstliche Intelligenz, ja. Was soll ich machen? Slavia! Slavia! Das klingt so ein bisschen wie Slave, okay? Du, Slavia. Ja, ey! Irgendwie ist da scheint manchmal so ein komisches Fenster. Ich hab' nie gelesen, dass du das hast. Das interessiert dich schon fast, oder wie? Ja, ich will jetzt nochmal durchspielen zu Hause. So richtig? Dann werde ich einschlafen, aber... ...ich runter. Russland, Russland. Oh! Da bist du aber komisch gestolpert. Freundchen. Ja, so. Ja, ja. Ja, ja. Die Mucke wird jetzt sehr schnell wechseln. Guck mal, wie lang das Bild da ist! So viel Text, Mann! Boah, wie kann man so'n Haufen Spiele spielen? Ich hab' ein ganzes geschafft! Ich hab' ein ganzes geschafft! Wie viele Tage hatten das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. In Bernd und Unteralterbach waren es sieben Tage. Vielleicht sind es auch sieben Tage. Vielleicht sind es auch sieben Tage. Vielleicht ist durchschnittstau sieben Tage. ... ... ... ... ... ... Dann hätte ich darauf... Bo... Bo... Busstab, jetzt kommen wir wieder aufhauen. Fuck... Oh, die heißt ja auch noch Miko. Ich hab doch gesagt, geh nicht mit... Scheiße... Geh noch mal, Busstab. Kann ich nicht, ich hab das Geld nicht gehabt. Scheiße, das ist laut. Wasche... Bist du schwul? Ja... Jetzt haben wir die Verfolge mich da, ne? Fuck, man! Mach dich an die Lolli ran! Ja, ich hab gerade Päusen in die Kanteen. Ich hab gerade Päusen in die Kanteen. Ich hab gerade Päusen in die Kanteen. Fuck! Ausgebot, ausgebot! Ausgebot! Ach so, das ist... Der coole Rock, den du gemeint hast, oder was? Nee, ich hab das nicht. Je weniger Gemüse und Obst du isst, desto mehr zählt sich der blonde Tipsy vor dir aus, ne? Das ist das, ich hab genug. Ich glaub ich hab genug gameplays. Ich hab gerade Päusen in die Kanteen. Ja, ich glaube ich hab genug gameplays. Vielen Dank.